Und da sind wir auch schon wieder, ähm, nach unserer kleinen, in Anführungsstrichen, Pause kehren wir jetzt wieder zurück, ähm, ich weiß gerade nicht mehr, was ich machen wollte, ach genau, Wasser wollte ich mir holen, genau, das habe ich jetzt auch fein getan, ähm, ja, gut. Dann, ähm, mache ich mir hier kurz so nur in den gleichen Brunnen, und dann würde ich sagen, hole ich mir erst mal ein paar Samen, also, äh, Weizensamen, versteht sich, hüßel, 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 cool geht auch so das ist ja mal ganz doll das freut mich doch mal das ist auch schon mal ein bisschen gewachsen das ist auch schön so ja das freut mich noch danke da ist es noch nicht gewachsen was verständlich ist aber es kann man auch mal und einmal dann ist das wesentlichen hier stellgelegt ja wir müssen haben wir noch hinter noch mal mehr im fahle voll kann ja nie schaden okay war ich mir ein bäumchen an konnte eigentlich nicht schaden habe ich immer so ein bisschen was aber da bräuchte ich jetzt ein bisschen was höheres jungen hier sowas genau kann ich mir jetzt eigentlich gleich auch ein wohnzimmer einrichten könnte ich zumindest noch wohnzimmer wo meis wohnzimmer hin mal schauen also hier kommt man rein genau hier kommt man ein ihr könnt ja ich auch mal stufen dann machen gut also hier kommt man rein geht man hier hoch er könnte ja nicht hier so eine erweiterung ein machen fürs wohnzimmer dann setze ich mir hier das blöckchen hin perfekt wer das unten dies solz und oben das solz meine ich ne andersrum genau so was perfekt merci ja genau ich wollte mir hier doof jetzt habe ich das oben liegen lassen hallo danke ähm ja die stone pick extra kann ich mir gleich auch noch gleich eine neue machen nein 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 aus aus gut ach jetzt habe ich die halbe tausch hier geflutet das ist jetzt eher unerfreulich aber gut ähm so äh quatsch äh ja 20 sticks sollten reichen ähm sooo ich mach mir einfach mal so 5 ähm 1,2,3,4,5 äh 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 ok das sollte da mal lang so und nochmal 3 schaufeln 1,2,3,4,5 ok ja das sollte jetzt fürs erste reichen genau dann mache ich mir hier mal so eine Erweiterung rein nein genau kann ich das gleich als Leseecke auch nehmen ja das sieht doch dann bestimmt ganz schnucklig aus ich sollte auch mal wieder nach was zu essen schauen ja das sollte ich machen ja vielleicht ganz nett ok aber vorerst kümmern wir uns hier mal kümmern wir uns hier mal ein bisschen um die Ecke ach genau ich habe ja zum Glück noch ein paar von diesen Big X's ja ähm da habe ich hier ja 1,2,3 dann kann ich hier eigentlich auch so kann ich hier so machen ach dann muss die Fackel hier allerdings kurzzeitig weg ach die arme Fackel aber gut die war echt einem höheren Zweck ähm wo war ich ja genau ok ja ich wie groß machen wir das bei uns mal dann ich weiß nicht mal gucken aber sieht die eigentlich schon ganz schnucklig aus nicht wahr ähm aber gut sieht dann halt auch noch ein bisschen unfertig aus wenn es irgendwie kommt naja ich finde einfach das sieht jetzt komisch aus also ich habe jetzt da vier hinter und dann wurde ich ja auch mal vier hinter 1,2,3,4 ach das sollte da eigentlich lang 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 und dann buddeln wir uns hier mal ein bisschen rüber ach genau und dann sind wir schon drüben das ist doch erfreulich ok und dann machen wir hier jetzt noch weg dann haben wir schon mal so ungefähr den Grundriss unseres wozu was ja dieses komische Geräusch da weiß ich jetzt nicht genau was das war jetzt kann ich nur muss ich nur hoffen dass hier keine zombies oder sowas spawnt das wäre ärgerlich ärgerlich und fürchterlich vor allem fürchterlich und fürchterlich wäre das vor allem für mich jetzt reime ich auch schon verdammt und fürchterlich für mich wäre es ähm weil ich mich dann vor den Monstern fürchten müsste das wäre ja arg dämlich schlechter Reim nein eigentlich gar kein Reim oder das wäre fürchterlich egal ich baue Steine ab ich baue Steine ab Steine 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 und ab die Steine Steine ab Steine ab Steine weg Steine weg Steine ab Steine ab Steine weg und das Holz und das Holz weg damit ich bin heute irgendwie richtig gut drauf also deshalb weiß ich nicht äh hab ich noch Stigis ja vier Stigis hab ich noch ähm so cool ja gut 16 Stigis sollten ja eigentlich äh Quatsch Stigis ich glaube ich 16 Fackeln sollten ja eigentlich reichen ähm ja ein bisschen größer könnte das aber schon eigentlich schon noch heiß sein wobei ich aufpassen muss dass es dann nicht zu ungemütlich wird also zu groß genau okay ähm ne Bar genau ne Bar baue ich mir auch noch rein wollt ihr eigentlich schon mit äh lauter Spiele machen im ähm Together LP aber egal so und hier noch ein bisschen weg genau perfekt und dann hier noch das bisschen hier weg ja und wir kloppen auch noch gleich die Fackel hier weg das ist doch super das war natürlich alles geplant ne klar äh nein soweit will ich jetzt doch nicht wegkloppen ach komm glaub ich die Erde halt auch gleich noch weg mit der Spitzhacke merkt ja keiner ihr seid ja alle still nicht wahr meine imaginären Zuschauer so das sieht doch ganz schnuckelig aus ähm fragt sich wo ich die Bar hinkloppe äh ja Bar 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 ich kann hier eigentlich in die Ecke reinkloppen oder mal da ein extra Raum ach ne ach ähm den Fußboden ja genau den Fußboden mach ich aber hier so sieht bestimmt besser aus wenn ich hier mal ein bisschen was ein bisschen Abwechslung reinbringe so genau und dann ab hier oder ne genau das mach ich mach da ein bisschen ich mach da ein bisschen Abwechslungsreicher den Fußboden so genau und hier und hier sowas äh ja hier und da noch was weg äh so und so ähm ja genau und hier noch was weg und da perfekt ja noch eigentlich hier noch den Weg genau ja dann passt das doch ähm auch jetzt muss ich in jedes einzelne Dinge reinspringen ja das ist doch super oh ich hab Kohle von Kohle 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 wobei Schweizer Käse ich mag kein Käse iiihiiiiiiiiiiiihhhhhh unappetitlich egal okay ich schlage ich schlage jetzt einfach mal mit einem Wasser wasserer einmal die Erde hier weg realistisch dieses spiel oje dommer klusche und hier der weg genau so und jetzt muss ich nur noch mit dem klaren werden aus was ich den fußbodenbelag mache ich habe nichts mehr dabei so ich glaube damit fange ich jetzt erst mal an genau dann ja genau gut hier nicht mal rein nein 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 halt stopp jetzt komme ich nein das war eine schlechte imitation von glp so gut ja wie mache ich das dann dann mache ich so dass ich hier die reintun genau da dann das normale holz ich glaube es ist nacht geworden auch ein hühnchen ja es ist nacht der monschein ok der monschein und ich mache schluss bis zur nächsten folge